die vorletzte e mail habe ich von meinem aktivsten zuschauer bekommen an der stelle noch mal danke dafür dass du den like button klickst und auch immer ein kommentar da lässt das hilft mir natürlich im algorithmus enorm das ist der liebe markus schneckenberger sehr aktiver oder der aktiveste zuschauer hat geschrieben heimelieber dominik die bilder sind schon ein paar tage alt aber hat sich nicht so viel verändert aktuell lasse ich den rasen einfach in ruhe mehr einmal einmal und einmal nicht mein plan sieht vor ende september will ich lüften und mit einem kalium betonten dünger arbeiten richtig aufgepasst genau ende september ist im kalium dünger bisschen früh ich würde kalium dünger eher so im november ausbringen im september könntest du tatsächlich noch einen ich benutze meistens im september so einen leichten bio dünger der hat meistens so nbk irgendwas so 10 10 0 5 10 0 10 10 5 10 so in der richtung ist etwas ganz versprach ist einen leichten bio dünger der einfach nur dieses nährstoff level dieser haltet noch über den herbst und dann so im november haust den kalium dünger raus je nach retter halt dann schauen wir mal auf die ersten bilder ich bin ziemlich sicher der meinung dass ich mich der markus und schon bilder geschickt haben vielleicht hat mir im ersten reaction video schon was ich bin mir gar nicht sicher aber rasen schaut an sich ganz gut aus wir sehen hier am rand verbrennungen das kann sein rasen mehr rasenroboter wenn der immer an der gleichen stelle fahrt oder wiederum was wir vorher schon besprochen haben von den kanten hier dass wiederum dieser beton keil zu intensiv ist und der gibt die wärme ab weswegen wir dann hier trockenstellen haben vielleicht sieht man es auf dem bild noch einmal mehr es schaut mir sehr linear aus deswegen könnte es auch immer rasen roboter sein oder wenn man rasen mehr quasi immer so eine abschlussrunde macht an der gleichen stelle ansonsten wäre es normalerweise nicht so linear wie gesagt kann aber auch sein dass der beton da abgibt jetzt hier auch noch einmal im detail wenn man sieht das ist relativ am rand es schaut aber nicht aus irgendwie wie wie rasen mehr spuren das sieht man normalerweise eher streifenförmig also tippe ich tatsächlich eher dass es das problem ist dass hier die die randsteine einfach die wärme zu sehr abgeben und wir dadurch das problem haben wie gesagt da haben wir wiederum das problem da kann man jetzt wenig dagegen machen dadurch dass es aber dezent ist kannst du hier eines versuchen du könntest am rand eine runde gehen mit dem mit dem rasen spech mit dem vertikutierer und dann gibt es gibt es so wie nennen sich die so hydro speicher zum beispiel wetting agent nennt sich eins davon da sind mehr weniger so granulat kügelchen die die das ist so ähnlich wie das material was man in den pampers windeln hat die sorgen die so reuchtigkeit auf und ich kann man da einstreuen die sorgen dafür dass dieser rand der eben durch den beton schneller austrocknet dass dort halt eher das und länger das wasser gehalten wird die wurzeln darauf zugreifen können also wenn du das am rand machst dann könntest du sehr gut gegen dieses problem vorgehen und dann wirst du da weniger das problem haben ansonsten generell ja du hast hier leichte wahrscheinlich verbrennungen vom sommer hier hättest du generell eine schöne farbe das heißt ich gehe mal davon aus dass du immer vom sommer noch gedüngt haben wirst aber wahrscheinlich mit einem dünger der errichtung stickstoffdünger geht du kannst vom sommer ebenfalls vom sommer nutze ich auch einen kalium dünger weil kalium ist einfach diese zählstruktur sowohl bei frost als auch bei hitze das heißt am besten finden vorm sommer wer halt irgendwas was ein bisschen stickstoff und kalium hat zum beispiel ebenso auch einen was würde ich da nehmen einen einen 15 0 15 so in der richtung es gibt glaube ich einen 20 0 15 gibt es da habe ich noch mal für den sommer ein ein bisschen einen schub dass der stickstoff der wachstum dass das behalten wird dass wir nicht quasi in diese in diese ruhephase kommen im hochsommer dann wächst einfach auch schön und färre wächst auch probleme schneller und das kalium schützt uns immer auch von der hitze mit dann einem guten bodenaufbau und einem gleichmäßigen bewässern wird das nächste jahr dann der rasen noch mal schön generell aber ist ein toller garten also wir sehen natürlich da hinten alles alles schön gewachsen den glaube ich hast du im frühling das ist der hibiscus ist das ziemlich sicher glaube ich ein bisschen zu ängstlich im frühling geschnitten dass er kann ruhig im frühling runter geschnitten werden also den kannst halbieren ansonsten ja kirschlorbeer auch glaube ich ein bisschen mehr schneiden und konnten schon eigentlich alles gut aus der kugel ding ist auch sehr schön also schaut alles ganz ganz toll aus kleinigkeiten wieder hier machen kannst wie gesagt tolles ergebnis markus der hat aufgepasst und die letzte e mail für heute kam von bruno der war auch beim ersten video dabei der schreibt mir hallo an bei die fotos meine plattgetretenen rasen die hauptflechte musste ich bereits verteidigen ausgleichen und nachsehen weil wir eine boano invasion hatten und zwei kinder mit einem wasserspiel den boden so verdichtet haben dass es zu vertiefungen gab und der rasen verbot ging bin gerade dabei die rasenkante anzuheben und zu betonieren die hellgrünen stellen sind vom rasen reparatur mix ok also plattgetretener rasen ja kinder spielen es ist auch zum nutzen da das ist bei meinem rasen auch so ist an sich kein problem meistens hast du den gewissen stellen die halt mehr benutzt werden diese stellen dann einfach im rasen specht sage ich mal einmal im jahr bearbeiten dann ist es eigentlich auch kein ding vertikutieren ausgleichen alles gut aber nicht nur oberflächlich schau auch wie gesagt was erifizieren halt dann boano invasion ja zwei kinder mit einem wasserspiel wasserfeuchtigkeit boano liebt es das problem wir soll immer wieder haben rasen karte anheben betonieren ja wenn der boden sich bereits gesetzt hat habe ich auch gemacht im endeffekt im trainmörtel bett problem super sondern schauen wir mal die fotos an wenn wir uns erinnern ans erste video ja generell sehen wir auch hier ist es ein sehr gutes ergebnis es ist wie gesagt ich glaube wir können hier einfach gemeinsam mal jammern auf hohem niveau weil im großen und ganzen ist natürlich ein top rasen von denen viele andere nur schwärmen aber der bruno will natürlich mehr was absolut okay ist nur schauen weil er hat meine e-mails noch ein paar sachen zu den bei den fotos dazu geschrieben also schauen wir welchen fotos ok ja das erste bild natürlich schaut ganz toll aus die die seiten hier war die feige schön hier alles wunderbar aufgegangen wunderbar bewachsen dass das pflanzbild gefällt mir sehr sehr gut lampenputzer gras hier im herbst natürlich wahnsinnig schön ich liebe es also meiner liebsten gräser schaut ganz ganz toll aus aber ich würde ganz ehrlich sagen nach dem sommer und das haben wir und 20 9 die fotos geschickt in der sommer tat das ausschauen tolles ergebnis guten dünger hat rein im frühling mit einem starken stickstoffdünger verdichtete stellen mit dem wetter mit dem erifizieren noch ein bisschen bearbeiten vertikotieren trau dich ruhig also dichter rasen jeder aggressiv rein du kannst du sogar theoretisch kreuz gehen damit du einfach wirklich den dreck den filz raus bekommst ganz ganz toll sonst das erste bild zweiten bilder aus einem anderen winkel generell wie gesagt das ist ein sehr gutes bild auch die die rasen im ersten rasen mehr scheint relativ gleichmäßig zu schneiden also ich sehe zumindest nicht das schaut nicht so aus es wird eine seite tiefe schneiden das passt auch gut ja sehr sehr dicht ganz gut die höhe schätze ich jetzt mal so 30 40 millimeter auch sehr sehr gut ja die hellen flecken wenn ich die hellen flecken stören also erst einmal da würde ich halt die reparatur mix ist wahrscheinlich ziemlich reiner lolio mix du hast aber eine tor potenzial mischung im verlegten rasen deswegen würde ich da er mir einen gebrauchs rasen mischung zulegen und diese als reparatur nehmen der einzige nachteil sie braucht 10 15 tage länger bis sie zuwachs aber dafür hast du die gleichmäßige farbe was du auch machen kannst schau dass du zusätzlich zu deinen dünge gaben einen oder dass du den dünger wählst ja eben auch eisen hat dadurch machst du alle rasen sorten eher dunkel und weswegen dann die hellen flecken nicht ganz so sehr auffallen da hast du mir geschrieben zu diesem bild hier zu so sehen zurzeit einige stellen auf dem rasen aus vor drei tagen habe ich hier mit einem kalium betonten dünger gedüngt ich hoffe das hilft aus vor ja so wie dieses bild jetzt hier ausschaut das schaut mir tatsächlich aus wie wie trocken stellen das schaut mir eher vertrocknet aus was glaube ich bedeuten würde dass es stellenweise gerade bei verdichteten stellen also wenn es eine stelle ist wo viel passiert dann gehen die wurzeln langsam nach oben und dadurch vertrocknen sie halt einfach schneller weil die wurzeln nicht so viel wasser bekommen ich glaube dass ein wasserverhalten sehr sehr gut ist also du glaube ich überwässerst nicht das würde anders ausschauen aber es kann schon sein dass einzelne flecken warum auch immer verdichtung genau an der stellung war eine schlechtere mischung des bodens etc das gibt viele gründe dass hier einfach das wurzelwerk ein bisschen höher ist phosphor düngern diese stellen dadurch kannst du dieses wurzelwachstum anregen dass es tiefer kommt zusätzlich noch an diese stellen erifizieren dadurch kannst das ganze noch einmal erleichtern und dann glaube ich wirst du da wenige probleme haben kann zum beispiel gerade anstellen sein wo man immer geht also wenn so so randstücke sind wo man geht du hast man sieht mich hier wenn diese stelle quasi die stelle vom rechten bild ist dann ist ja hier das hochbeet und wenn man im nächsten bild schaut dass ich schätze mal dass das hochbeet ist und diese diese kante ist dass es irgendwo hier ist im bild das heißt du gehst auch quasi immer hier das ist ein relativ ein schmale stücke man geht hier immer an dieser stelle was noch machen kannst ist dass du den weg die platten hier erweiterst natürlich immer an der gleichen stelle gegangen wird kann das eben dazu auch führen auch natürlich wenn es direkt vom blech ist das blech strahlt hitze ab auch hier wiederum schnellere vertrocknung als kann mehrere gründe haben wir ansonsten wie gesagt dass der schöne rasen man sieht hier am rand stück sind schmalen stücke wo eigentlich viele leute probleme haben scheinst du keine probleme zu haben also top ergebnis im endeffekt was wir hier sehen dieser teil wurde nur gedüngt also hier keine bearbeitungen die schmalsten stellen würde ich dann schon bearbeiten auch wenn du jetzt noch keine probleme siehst sie kommen an den schmalen stellen relativ einfach aber es dürfte auch die sonnige seite sein also wir haben hier ich gehe mal davon aus dass du die fotos am nachmittag gemacht hast hier muss er schattlich da hinten wird die sonne scheinen das heißt du hast wahrscheinlich vormittags sonne hier das heißt nachmittag wahrscheinlich vielleicht weniger sonne das heißt einfach aufpassen auch mit der feuchtigkeit nur gedüngt ja ich will es bearbeiten ich würde auch hier wertig schadet nichts kann aber schaden wenn das auslässt ja man sieht man sieht eigentlich auch dass hier in diesem anfangs bereich es ein bisschen mehr leidet gefühlt also ich würde die bearbeitung hierbei behalten also dieser schmale streifen ich würde hier auf jeden fall auch wertigotieren tief rein und und macht die prozedur mit also nicht nur dünnen schadet nicht wenn man es dort auch macht im endeffekt dann hast du mich noch geschrieben hier pflanzt du noch eine hecke das sind ja glaube ich nur diese intern das immer da ist die hecke das ist glaube ich zwei meter 50 element das heißt 250 5 57 10 meter stück macht jetzt hier noch eine hecke und zwar wird heute eine hecke gepflanzt in der reihenfolge liguster dann red robin ölweide red robin liguster aufpassen hier die glanzmispel red robin wunderschöne pflanze erwachstumsverhalten so ähnlich wie beim kirschlobe eher langsam während der liguster sehr schnell wachstum der der wachstum in einem jahren meter davon während die red robin im jahr 20 30 cm macht die liguster minimum zweimal im jahr schneiden schneide die gut zweimal im jahr sonst wird sie dir irgendwann die red robin und auch die ölweide erdrücken also du schau dass du die liguster pflanzen zwei wenn es motiviert bis sogar dreimal im jahr schneider ist alles andere reicht einmal im jahr im herbst vollkommen wenn du eben nicht schneidest dann wird der liguster das irgendwann drücken und das wachstum der red robin und der ölweide wird nicht so schön sein weil es soll ja du schreibst eine hecke also gehe ich mal davon aus dass es dass du eine pflanze pro meter hast oder eine pflanze pro dreiviertel meter und somit wird es dann auch nötig sein wenn du jetzt nur diese 1 2 3 4 5 pflanzen auf diese zehn meter macht dann hat er eine pflanze zwei meter dann wird es weniger problem sein wahrscheinlich aber nur dass du das auf jeden fall weiß ansonsten bruno wie zum ersten mal top rasen wie gesagt ganz kleinigkeiten die ich dann noch verbessern würde auch hier wir können wie gesagt nächstes jahr oder dieses jahr werden noch videos rauskommen perfektes düngeprogramm in dem sinne bedanke ich mich fürs zuschauen das war ein tolles video vielen dank für eure einsendungen tut mir leid dass es dann teilweise so lange gedauert hat mit dem reaction video dass ich aber ich verspreche ich habe einen eigenen ordner ihr kommt dran und ich mache eure videos das heißt schickt mir auch weiterhin gerne fotos auf youtube war in der minus rasenpflege punkt at ich werde irgendwann darauf reagieren vielleicht etwas spätet und dann reden wir über eure gärten zeigt mir projekte zeigt mir natürlich euren rasen aber ich mag auch alle anderen projekte zeigt mir eure beete eure hochbeete eure stauden terrassen bpc zäune alles was ihr wollt rund um garten mich interessiert alles handwerkliche ich könnte auch andere handwerkliche sachen wie eine gartenhütte gebaut habe ich finde alles toll was ihr mir schickt und ich rede über alles gerne und in dem sinne danke fürs zuschauen und bis zum nächsten video